so kann man direkt liefern bringt es ja was nein gut einfach immer mehr straßen das passt dann schon das wird schon funktionieren was soll schief gehen einfach alles argument dass da ein korn rumliegt liegt das weit genug vom farmer weg das da oben auf jeden fall würde ich fast mal sagen wir bauen ach wir machen es einfach mal schlimmer werden kann es nicht mehr wir dachten es könnte nicht schlimmer werden und dann wurde es schlimmer es muss es mal schlimmer werden bevor es noch schlimmer werden kann mit wird der weg aber irgendwie sinnfrei das wäre mir ganz recht wenn ihr das wachhaus mal zuerst bauen würde so sachen kann man erst im zweiten teil einstellen leider wieso tauscht ihr schon wieder leutnants aus warum tauscht überhaupt aus warum zur hölle ist da nur einer drin warum weiß ich davon nix was habe ich da in der nähe oder sagt mir das denn niemand ich finde es schön dass sie das immer noch eins weiter bewegt wenn man speichert so ein frame oder oder so oder so oder so sagt mir niemand dass nur einer drin ist schnell lauf vor ist lauf dann hätte ich wassern könnte ich habe doch angeln oder ich habe einen angler und zwei angeln was soll ich mit zwei angeln hier gibt es noch zwei pfützen oder eine zwei zwei sehen wir noch besser noch mal nach 1 2 2 ok aber besser ich zähle noch mal 1 2 2 lauf schlampe lauf das ist meine militärmacht gefallen kann jetzt haben wir hat er immer noch kohle hat er jetzt bald wieder kohle ach du scheiße nein der darf keine kohle haben dann schmalzt er nur gold und das ist böse ich habe noch kein gold was macht meine goldmine was ist meine goldmine und meine goldmine eine goldmine ja weil die goldmine ja wichtig ist um gold zu schmelzen das macht man ja auch nicht irgendwie wo anders nein das macht man nein der greift mich an moment wo war das jetzt gute frage nächste frage hier war das irgendwo kannst du den töten bitte ja das sieht schon mal schlecht aus ja das verliere ich schon mal toll auch nö scheiße hat er jetzt letzt gespeichert ich glaube ich habe gespeichert oder ich hoffe es mal ich will gewinnen lass mich gewinnen du sau alle guten dinge sind 20 versuche jetzt habe ich noch 30 moment más ja sonst noch mal wenn nicht dann lassen wir es wir wollen ja nicht sinnlos unsere resultaten verheizen doch 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 Ich habe die Steine weggebaut, die er eh nicht mehr braucht. Vor allem, weil er eine Granitmine hat. Ich würde sagen, naja, lasse ich noch die Kohle-Mine. Aber er hat wahrscheinlich gleich wieder einen Haufen zu fressen, auch wenn keiner seiner Minen irgendwas hat und alle da draußen rumlaufen. Aber Ressourcen hat er trotzdem riesige Mengen. Ja, Mistkerl, dieser Elendiger. Wie macht der das? Jetzt cheatet doch. Na ja, er macht den Hex-Editor auf und editiert ein Save-Game. Moment, seit wann kann die KI cheaten? Den Hex-Editor benutzt und cheaten. Ist das gleiche. Nein, das ist ein wesentlicher Unterschied. Die meisten werden nicht mal wissen, was ein Hex-Editor ist. So haben sie auch damals im Mittelalter benutzt, um Hexen zu verbrennen. Und alle da liegen die Schilder rum, kommen nicht da rein. Gewinnst du dieses Mal bitte? Bitte. Nein. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt setzt sich da wieder so eine scheiß Leutnant rein. Dann krieg ich wieder nichts mehr. Hey, Moment, ich hätte gewinnen müssen. Ich hätte 50 Prozent, also müsste ich beim zweiten Mal gewinnen. Ja. Das System ist die totale Lüge. Ja, da kommen schon die nächsten Leute an, die ich verheizen kann. Sehr schön. Dann kann ich bald mal einen Hauptmann verheizen. Ich heize gerne. Ich heize gerne. Vor allem mit Menschen. Ich könnte so einen Witz machen von wegen. Früher haben sie auch gerne geheizt mit Menschen, aber das lasse ich lieber. Jetzt bin ich nur wieder ein Nazi. Die ganzen scheiß Rassisten nennen mich Denwood-Nazis. Sie sollten aber nicht toleranter werden, diese Wichse. Diese intoleranten Leute da immer. So. Bitte. Bring doch mal die ganzen Schilder da rein. Moment, kann man das hier nicht irgendwo einstellen? Moment, Schild 1 hoch. Jetzt müssten die doch theoretisch irgendwann anfangen, die Schilder zu tragen, oder? 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 Bitte? Warum zur Hölle baut ihr hier ein Wachhaus? Wahrscheinlich wird er dieses Stück hier noch haben. Was zur Hölle? Warum? Das ist total idiotisch. Klein, aber fein. Dass das Wachhaus mal irgendwann fertig wird, was noch eine Weile dauern könnte. Also baut da noch keiner. Ich muss das gar nicht so genau wissen. Das ist das, was die Kräger zuerst transportieren und das, was zuerst eingelagert wird. Ich bin verwirrt. Wird, 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 wird. Na, nicht so wichtig. Das passt schon irgendwie. Wir planieren hier schon mal fleißig. Baust du hier noch Stein ab oder kann ich dich abreißen? Ich kann auch an die Wand scheißen. Nein, ich glaube, das kommt nicht so gut. Also wenn ich das Zimmer irgendwann mal wieder abheben muss. Dann fällst du hier schön Holz? Ja. Dauert noch ein wenig, bis es hier Platz ist. Genug Platz ist für irgendwas. Es ist nicht herrlich. Was habe ich denn so eingelagert? Fuck. Fuck you. Hier geht nicht mehr so viel momentan. Ich versuche mal hier noch einen Weg zu bauen. Ja, allerdings sinnfrei, dass hier. Aber der ist vielleicht nicht schlecht. Blockiert auch nichts. Alles ist gut. Würde ich dem Mann da mal noch einen Stein bringen, bitte? Bevor dieses Wachhaus hier fertig ist, wenn möglich. Das wird ein Wachhaus. Was anderes kann das nicht werden. So sieht es jetzt mal wie die Schilde weg. Scheinbar ja. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir schreiten voran, während wir rückwärts gehen. Das ist doch auch mal was Brauchbares. Das müsst ihr nur mal abfackeln, wenn das fertig wird. Wenn es denn mal fertig wird. Da ist noch ein Stein. Liefere den Stein. Obelix. Hol mir einen Hinkelstein. Völlig falsches Spiel. Wirtschaftssimulator mit Obelix. Du hast einen Hinkelsteinbetrieb und musst ihn zu einem florierenden Geschäft machen. Das ist eine Marktlücke. So was gibt es noch nicht. Man merkt, wo die Ballungszentren bei meinen Lagern sind. Äh, bei meinen Wegen sind. Ich habe noch Stein. Ich habe Kohle. Ist der Wahnsinn. Wie viel Kohle hatte ich nicht mehr seit damals. Als ich so viel Kohle hatte. War, 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 wann, wer, wie, wo. Sowieso ein Überhaum. Oh, warum? Oh. Höh, sichern, 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 schnell, hol die Sichel. Äh, ich meine sicher. Sichern. Sicherung. Äh, sichern. Und dann, dann, dann. 21 Uhr Ich nehme heute zu früh auf, das ist so ungewohnt Ist ja praktisch noch hellig der Tag Kann ich so da nur aufnehmen Die Uhrzeit Die schleppen das jetzt aber nicht da unten rein Nein, ich hoffe doch nicht Ich hoffe mal nicht Ich hoffe mal, das wird bald mal fern Dann habe ich da Hauptmänner drin Dann kann ich da hinten mit Hauptmänner Haut schneller, schneller, schneller Ich bin der Pate Nein, ich glaube nicht Ich liebe diese Ressourcenmenge Ich wünsche, sie käme mal irgendwo an Aber es kann wohl noch ein bisschen dauern Ein kleines bisschen So ein bisschen dauert das noch Bis sie mal irgendwo ankommt Oh, der kriegt doch was zu fressen Sehr gut Dann baue ich noch mehr Kohle ab Die ich ja dringend brauche Bringt den Mann da doch endlich mal einen Stein Kommt schon, der will eine Mauer bauen Niemand hat die Absicht, hier eine Mauer hinzubauen Aber eine Mauer mit Sprenggürtel Sprenggürtel Naja Wie hieß das Ding? Keine Ahnung, wie das Ding hieß Naja, das heißt Penel Das ist das falsche Ding Ja, ähm Es war schön Es war schön mit der Wegesysteme Als du noch funktioniert hast Aber jetzt ist das irgendwie doof So, machen wir unten einen neuen Stein Oh, er ist fertig Kommt er jetzt Ja Ich kriege einen Orgasm Jetzt ist meine Hose dreckig Ähm Ich brauche ja eine neue Ich brauche eine Freundin, die mir jetzt eine neue Hose holt Er baut jetzt ein Schloss Oh Gott, da kann er bald noch mehr Gebäude besetzen Der schmalzt hier nichts Sehr gut Ich weiß nicht, was ihm fehlt Vielleicht für den Eisen Gold hat er ja zugenehm Im Moment Eisen hat er auch Ich will gar nicht wissen, was ihm fehlt Ist vielleicht besser, wenn ich es nicht weiß Erstmal hier alles absichern Nicht, dass es gleich niederbrennt Kurz, nachdem es fertig ist Das wäre leicht scheiße Vielleicht kann ich auch noch eine Flagge setzen Aber in der Hölle kann ich auch noch eine Flagge setzen Da kann ich auch noch eine Flagge setzen Weil ich kann keinen Weg bauen Aber ich kann eine Flagge setzen Oh ja Flaggen setzen Das bedeutet extra Wege Oh, eine Verbesserung meines Wegesystems Eine kleine, aber hey Ist doch schon mal was Das können sein Noch mehr Flaggen Das Zeug stapeln Bis zum geht nicht mehr Hä? Oh Ich kann es nicht an Ich kann das angreifen Schnell Nichts hiermit Von wegen Komm schon Der rückt doch gleich nach Wollen wir mal sichern Nicht, dass ich jetzt gleich meine Hauptmänner verheize Meinen Leutnants gehen ja Aber Hauptmänner Ne, das sehe ich Da kommen wir dann schon in den grünen Bereich Und das ist schlecht So, ich positioniere mal meinen Fuß neu Dann kann ich meinen gigantischen Penis auch mit meinem Fuß ablegen So, gehen wir da ins Wachhaus Bitte der Hauptmann Ja Ich muss nur noch hoffen, dass er rechtzeitig ankommt So, da kommt der dritte Hauptmann Da läuft jetzt leider noch ein Leutnant vermutlich los Es sei denn, ich habe natürlich noch einen Hauptmann Ich habe keinen weiteren Hauptmann Ist ja auch zu viel das Gute gewesen, glaube ich Wenn da jetzt noch ein Hauptmann gekommen wäre Hey, siehste Willst du mal, dass ein Hauptmann in der kommt Äh Ich meine, zu der kommt Natürlich Oh, ja Oh, ja Hey, Moment Wenn der das dann gleich einnimmt Kann ich das auf Minimum setzen Dann kann ich gleich nochmal an Brenn hier mal alles nieder, bitte Da wäre ich dir sehr verbunden Diese Messungen genauigkeit hier Sehr schön Was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Das Stück Kuchen von heute Morgen Ach, Moment Das ist was ganz Das fängt aber nicht gut an hier Willst mich doch verarschen Leck mich Kannst du ja mal vergessen hier Du spinnst Leutnant verlieren Lass ich mir ja noch eingehen Aber im Hauptmann Ich glaube, es hakt Ich verheiz doch hier nicht meine Hauptmänner Die sind teuer Wisst ihr was? Die Kosten Die sind Handverlesen Ja Die sind scheiße teuer Die habe ich persönlich ausgesucht Das könnte erklären, weil man gestorben ist Ich brauche hier mal eine Umgehungsstraße Eine sehr umgehende Umgehungsstraße Kann das Fressen direkt zu dieser Mine hier oben geliefert werden Ich muss ja irgendwann mal gewinnen Ich meine Angeblich habe ich ja jetzt 100% gegen 100% Wieso greift er mich jetzt an? Was soll der Unsinn? Ich bin ja der, der hier angreift Habe ich schon gesiegt Nein, aber ich speichere mal besser Die greifen mich an Das sollte man mal speichern vielleicht Die greifen wieder die Mine da oben an Das finde ich gar nicht lustig So, machen wir die 500 mal voll Uh, 500 Die 1000 werde ich nicht erreichen Hoffe ich Warte mal ab Was ist auf die letzte Mission Wo du nochmal 800 Speicherstände raushaust Na, ich glaube der letzte Mission Werde ich einfach nur ganz oft laden Ganz, ganz oft Er greift mich Vorhin hat er mich nicht Wo greift denn der an? So, habe ich schon gewonnen Jetzt aber, komm Na, also es hängt schon mal deutlich besser an Ja Ja, vielleicht Und gesiegt Siege ich hier auch Wäre schön Ja, muss jetzt mal langsam eine Nachricht kommen Dass ich gewonnen habe Danke Jetzt greift er mich hier an Ich glaube es hackt Aber egal, Karl Wir gewinnen Hoffe ich Weiterhin 501 Das ist eine viel toller der Zahl Lass uns die feiern Als die 500 Ich habe einen Sieg errungen Und ich habe Gold gefunden Apropos Gold Habe ich das noch auf Minimum Ja, sehr gut Ich kann hier gleich den Hauptmann nochmal los schicken Da kommt schon ein Leutnant nach Na, aber wunderbar Habe ich schon gewonnen? Jawohl Schon wieder gesiegt Verheizte noch ein paar seiner guten Soldaten Das ist auch gut Finde ich schon mal sehr gut Gibt nichts besseres Als wenn der Feind seine Soldaten verheizt Bei mir Es sei natürlich Ich vernichte seine Soldaten direkt bei ihm Aber man kann nicht alles haben Ich habe immer noch 25 Cent Trotz drei Barren Das ist nicht so lustig Und ich rücke die Rückbreche Noch einen Leutnant nach Das heißt, ich habe schon wieder einen Hauptmann Die mich angreifen könnte Was könnte ich da noch angreifen? Das hier Gibt das? Nein, wo kommt denn der jetzt nach? Da kommt nur ein Unteroffizier Scheiße Äh, apropos Scheiße Ich sollte vielleicht mal gucken Was hier oben abgeht Ach was Ja, den verliere ich Aber naja Ist noch ein Gefreiter Da kommt jetzt vielleicht ein Unteroffizier nach Jawohl Auch eine Möglichkeit Die Gefreiter loszuwerden Das Problem ist Ich muss jetzt ständig nach oben Und nach unten gucken Toll Oh Gott Da ist ein Leutnant drin Ernsthaft Äh Ja, dann Tschüss Pst Toll Was greife ich denn dann an? Jetzt ist da ein Leutnant drin So ein Mist Das ist irgendwie jetzt Nicht so optimal So ist da nicht einfach ein Gefreiter drin Das reicht doch völlig aus Leutnant sind einfach unfair Vor allem weil ich Den schon losgeschickt habe Sehr gut Toll Da kommt ein Gefreiter Toll So kannst du nicht in dem Wachhaus Da unten sein Der Leutnant hier angreifen Das ist schon mal besser als vorher Dann sichern wir das gleich mal Na komm La 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 Jetzt sichern hier mal Und dort und da La 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 Na komm Wunderbar Wenn du jetzt auch gewinnst Wäre ich echt glücklich Kommt du jetzt noch ein Leutnant Mal schon Ja 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 Ja